So, heute kann ich schon das 23. Türchen öffnen. Tür auf. Ja, und dahinter ist das Lachen ins Gesicht werfen. Und jetzt werfe ich euch allen, und ich hoffe ihr macht mit, ein Lachen ins Gesicht. Mir natürlich auch. Und damit grüße ich alle Schüler, alle Studenten, alle Lehrer, alle Polizisten, alle Fußballer, alle Biertrinker, alle, die mir so zuschauen und das Spektakel mitgemacht haben. Also, nutzt die Gelegenheit, werft euch gegenseitig das Lachen ins Gesicht, werft es euch selbst ins Gesicht, lacht es gut und auf Wiederlachen und morgen ist die letzte Tür dran.